Hallo Leute, hier ist wieder Jagdator und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen The Stanley Parable. Am Anfang gab es irgendwie keine Intro-Dinger. Irgendwie ungewöhnlich, aber gut. Macht nix. Deshalb, wir befinden uns auf dem Startbildschirm. Das Spiel ist in Englisch. Es gibt, glaube ich, keine deutsche Version. Wenn doch, dann habe ich sie nicht gefunden. Begin the Game. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie das Spiel enden wird oder um was es in dem Spiel geht. Ich weiß nur, dass wir Stanley heißen. Never the end is never the end is never the end is. Ja, loading. Loading faster. Please. Let's do. Ja, er lädt. Gut. Ja, warum Stanley Parable ist ein letztes kleines Spiel? Ich habe mich selber nicht spoilern lassen. Entsprechend weiß ich nicht, worum es geht, aber viele sagen, es wäre ganz gut. Und es geht auch nicht so lange, also probieren wir das einfach mal aus. Ja, ja, das ist im Endeffekt alles, was ihr wissen müsst. Soll ein ganz schöner Mindfuck sein. Insofern, ich bin mal gespannt. Das ist die Geschichte von einem Mann namens Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year, and although others might have considered it so winning, Stanley relished every moment that the orders came in. As though he had been made exactly for this job, and Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions. Call a meeting, or even say, hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Yeah, we are Stanley. I have to look at it very quickly. Hey, begin the game again, okay. Okay. Ähm. Change the caption. Ich wollte gerade gucken, ob es wieder Untertitel gibt. Ich habe alles versucht, aber wir können speichern. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Sehr schön. Ja, das ist der 29. April, 5 Uhr, äh, 33. 4 Uhr. Gut. Dann gucken wir mal. Wir können uns ducken. Wir können nicht unter unseren Schreibtisch. Wir haben eine Kaffeetasse. Was ist mit Mondays? Ich kann nicht springen. Es ist... Ah. Fast Mittagspause. Hallo? Äh, habe ich eine Aktionstaste? Ich weiß es gar nicht. Guck. Ja. Okay. Ah. Hallo? Der Kleid sieht so schön, oder? Oh, 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 oh. Oh, nein. Oh, mein Energie sparen hier. Telefon. Who farted? Ich würde gerne zoomen. Das wäre cool. Bild. Abgeschlossen. Hallo? Hallo? Wer ist da? Ist denn hier die Schrinke offen? Da? Da? Keine Ahnung. Hier wahrscheinlich. Hm. I hate Mondays. Everybody hate Mondays. Da steht eine Leiter. Okay. Gut zu wissen. Wir haben Leiter. So, Tür mal hinter ihm zu machen. Hallo? 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 Hm. Also, ich weiß, dass das Spiel mit Entscheidungen spielt. Ähm. Ich nehme trotzdem mal links. Das hört sich richtig an. Immerhin noch ist kein böses irgendwas aufgetaubt. Hallo? Ich muss es an passiv, aggressiv an anderen auslassen. Okay? Also merkt euch das, wenn ihr irgendwie Probleme habt oder sowas, lasst es einfach an den Kollegen Also merkt euch das, wenn ihr irgendwie Probleme habt oder sowas, lasst es einfach an den Kollegen aus. Also merkt euch das, wenn ihr die Leute habt oder sowas, lasst es einfach an den Kollegen und alle sind in der Kampagne. Aha. Ich sehe es. Chart, slide, und chart und slide. Number of slides. Slide. Slides. Ja, ich höre, dass du dich wie slide möchtest. Hm. Mhm. Das ist gut. Okay. Ich gehe schon. Halt auf die Sache mit dir passen. Ich würde gerne springen. Kann ich springen? Das wäre super. Also ich weiß, dass das Spiel ursprünglich als... Ich kann mich ducken, aber ich kann nicht springen. Das ist Strafe. Es war nichts hier. Keine Wahl zu machen. Keine Weg zu folgen. Nur eine leute Brummkosette. Keine Grund, um hier noch zu sein. Ja, ich schlafe hier ab. Aha. Okay. Was? Ich will doch erstmal in den Keller gucken gehen. Also das Spiel scheint mit Entscheidungen und so was. Und scheint sich nicht sonderlich ernst zu nehmen. Aber okay. Feuerhose. Also Feuerhose. Hier steht dein Auto. Und in so einer kompetentiven Ökonomie. Und in so einer kompetentiven Ökonomie. Warum hat er das Risiko genommen? All weil er das Gefühl hat jeder hat vanished. Der Chef würde denken, dass er verrückt. Und dann etwas passiert. Und dann hat er sich etwas passiert. Vielleicht, er dachte sich zu ihm, vielleicht bin ich verrückt. All meine co-workers blicken mysteriösslich aus dem Moment. In einem Moment. In einem Moment. In einem Moment. None of es macht any logical Sinn. Und als Stanley hat das geschaut, er beginnt zu machen, andere spannende Erinnerungen. Zum Beispiel. Warum konnte er nicht sehen, seine Füße, wenn er nach unten sah? Warum hat er die Tür automatisch geschlossen, hinter ihm, woher er ging? Und in diesem Fall, diese Räume sahen ziemlich familiar. Werden sie einfach repetiert? Nein. Stanley sagte zu ihm selbst. Das ist alles zu verrückt. Das kann nicht real sein. Und am Ende. Er kam zu der conclusie, dass er auf dem Kopf auf seiner tongue war. Er hat nur noch nicht gefunden 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 gefunden. Ich bin träumen, er yelled. Das ist alles ein träum. Oh, was ein Relief Stanley fühlt, zu haben endlich gefunden, eine Antwort, eine Antwort. Seine co-workers waren tatsächlich weg. Er war nicht zu verlieren. Er war nicht zu verlieren. Er war nicht verrückt. Und er dachte sich zu ihm, ich denke, ich denke, ich werde bald wachsen. Ich werde wieder zurückkommen, zu meinem real-lifeen Job aufbauen. Ich werde gerne das zu erleben, während ich noch immer lucid bin. So, er erinnert sich erinnert sich und erinnert sich zu fliegen. Und erinnert sich auf den Boden. Dann er erinnert sich erinnert sich durch den Raum auf einem magischen Starfeld. Und es, erinnert sich, es war so viel Spaß. Und Stanley erinnert sich erinnert sich erinnert sich. wie er erinnert sich so glücklich war? Und dann, vielleicht die strangeste Frage von ihnen alle entdeckte Stanley's Head. Eine, erinnert sich erinnert sich erinnert sich nachher. Warum ist eine Voice in meinem Head dictatet alles, was ich und zu denken? Jetzt die Voice erinnert sich von Stanley erinnert sich wie es erinnert sich an, und erinnert sich und erinnert sich wenn sie diese Voice mit allen den Menschen in ihren dreams war, dass das nicht ein dream war. Wie kann es sein? Stanley ist wie erinnert sich in seiner Leben. Das war ein Schock. erinnert sich auf erinnert sich zu erinnert sich zu erinnert sich zu erinnert sich zu erinnert sich erinnert sich erinnert sich auf dem erinnert sich erinnert sich erinnert sich erinnert sich zu erinnert sich auf dem erinnert sich zu erinnert sich auf erinnert sich zu erinnert sich zu erinnert sich auf dem erinnert sich erinnert sich erinnert sich auf Herr lernt sich wo erinnert sich erinnert sich wo erinnert sich erinnert sich im Alter! So, infin within deep moments, she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like, and in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am saying. I am in control of my mind. I know what is real, and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way seeing this man made her feel better. Aber dann erinnert sich die Gespräche, die sie für den Tag hatten. Die sehr wichtigsten Menschen, deren Impressions von ihr verletzten würde ihre Karriere. Und, bei extension, für den Rest ihrer Leben. Sie hatte keine Zeit für das. Also war es nur ein Moment, dass sie standen, auf den Körper. Und dann kam sie und kam. Okay. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Aber ich würde sagen, wir sind tot. Oder zumindest sollten es sein. Entsprechend werde ich jetzt ganz langsam versuchen zu speichern. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, was gerade passiert ist. Deshalb sage ich jetzt einfach mal safe. Und würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin und ciao, ciao.